So, herzlich willkommen zurück zu meinem Speed of Doom Let's Play. Nach einer langen Zeit geht es mal wieder weiter. Ja, wie empfiehlt schon geschrieben auf YouTube, wisst ihr ja, denke ich, Bescheid, warum. Ich war halt bei meiner Freundin, deswegen gab es halt lange keine Videos. Aber das hatte ich ja auch schon in Dixen 3 und Blood bereits erwähnt. Aber da ja nicht jeder jedes LP guckt. Könnte jedenfalls sein, dass es so ist, er wenigstens halt in allen drei Spielen. Okay, so. Also auf geht's zum Level 6 DreamScape. Oh, gleich am Anfang Besäck, Peck, also Weihnachten ist eigentlich noch ein paar Tage hinten noch, ne? Hm. Aber vielleicht soll ich das erst später nehmen, weil das gibt mir auch 112, ne? Ähm, ja, da sind Pinkies hinter mir. Und, ähm, sehr gut, der Manko wird auf die Imps schießen. Hm. Hm. Da bin ich unschlüssig. Wie mach ich das jetzt? Hm. Na, ich würde sagen, das habe ich perfekt gelöst. Und so. Ähm, wir speichern das hier drauf auf die Nummer 6. So. Oh Gott, das war... Mein Gott, ich dachte mich nackt einer an jetzt. Genialität. So. Zack. Ja, das ging ja souverän, ne? Kann man ja nicht meckern eigentlich. So. Gut, das wäre das. Cool Musik irgendwie. Oh, okay. Dann, jo. Hm, was sag ich mit dem ganzen Zeug hier? Ich bin doch voll. Na, egal. Ich nehme es trotzdem mit. Äh, wie viel haben wir jetzt? 126 Monster. Oh, 7 Secrets. Nice, nice. Oh, der Pinkie, ne? Der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ah. 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 Was zur hell? Au. Boah. Bitter, bitter. So viele Chain Guns haben... Boah. Hm. Komm her, ich will dir eins aufs Maul hauen. Na, also. Egal, da spreche ich trotzdem. Das passt schon. So. Okay. Oh, ey. Äh. Hast du was zu melden? Ich denke nicht, ne? Swakalsig. Oh, cool. Na, aber sauber. Swakalsig. Ah, da war der Schalter. Ah, cool. Na, die Kisten sind immer, da drücke ich immer, ähm, Leertaste, weil die oft prädestiniert fürs Secret sind. So. Ja, ähm, so. Ne, Swakalsig, ich, äh, äh. Oh, gut, okay, bei der, der, da hab ich dann schon, der, der darf sich, der darf sich. Ich lief keine Respekt vor meiner Faust zu haben, das stimmt wohl. Hier ist nix, nö, hier ist nix, Secret mäßig so. Oh, da ist ja noch einer. Ah, der Feuereffekt ist so schön. Nein, der bleibt tot. Ich bin so froh, dass ich das und das normale Spiel reingekriegt hab. Das find ich so cool. Oh. Ja. Ja. Okay. It's magic. Okay. Oh, jetzt hat er aufgehört. So. Gut, hier ist nix mehr. Eine Flasche, kann ich nicht so viel auf der Hof fahren? Kann ich sogar. Coole Sache, das. Ähm. Ist ja auch cool gemacht, irgendwo, dass das, ähm, ein richtiger Fahrstuhl ist nun nicht die interne Doom-Fahrstuhl-Funktion, also dass ich hier richtig mit Scheitern ist, ne? Cool. Ah, schon sehr cool. Ah, schon sehr cool. Sehr einfallsreich und cool. Auf jeden Fall. Muss ich sagen, sehr top. Das ist ne super Sache. So sieht man die Mühe, die sich gegeben wurde. Ach du Scheiße, ist das denn für ein offener Raum? Das ist ja ekelig. Wie lange spiele ich eigentlich schon? Fünf Minuten. Ja, es könnte sogar hinkommen. Ich hab, glaube ich, noch nicht geladen. Ja, dann kommt das hier hinten. Fünf. Ja, gut. Dann muss ich mal kurz rechnen. Ja, so. Ja, okay. Ja, musste kurz sein, weil ich hab vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wie so häufig, ne? Okay. Ähm. So. Äh. Nein, du bleibst. Oh. Puh. Äh. Knapp. Oh, Tomatensalat. Boah. Ah, von. Boah. Ah. Okay. Ja, ich seh's ja schon ein, dass ich tot bin. Hätt ich mir auch ein bisschen freundlich sagen können, dass ich jetzt sterben soll. Oh. Was haben wir denn hier noch? Sollte ich erstmal hier hingehen? Was ist denn da hinten noch für ein Teleporter eigentlich überhaupt? Ne, Gere. Ne, Gierde ist ja schon da, ne? Hm. Naja. Ich würde gerne eine BFG 9000 haben, aber die krieg ich irgendwie nicht. Hm, das ist immer schlecht, ne? Man könnte natürlich auch die Plasma benutzen, aber... Okay. Ich würde gerne eine BFG 9000 haben. Oh, ich würde gerne eine BFG 9000 haben. Oh, ich würde gerne ein BFG 9000 haben, aber das ist ja auch schon. nett, wie ich hier auch erstmal eingesperrt werde. So, weg mit dir. Äh, nicht festhacken. Festhacken ist nicht gut. Ey. Steff doch mal. So, den Rest löst die Shane-Gun, würde ich sagen. Also, will ich doch gemeint haben. So, zack. Ging doch schon sehr viel besser. Zack, speichern. So. Gut, ja, sieht ja gut aus jetzt. So. Okay. Kann ich hier auch die Pflaster wieder mitnehmen? So. Ja, die Shane kann es noch. Ja, dann geht es mir wieder gut. Okay. So. Zack, dann wollen wir mal hier raus. Dann haben wir das hinter uns. Gut. Na, ihr weiß nicht, wo ich zu essen will, ehrlich gesagt. Das ist ja vollkommen offen hier. Was ist das denn für ein Teleport? Das interessiert mich jetzt. Au, wow. Der war ja richtig, äh, der hat mich ja richtig nach vorne gebracht jetzt. Der war ja richtig geistreich. Aber ich könnte mir vorstellen, bei sowas ist es da natürlich auch noch irgendwo ein Secret gibt, ne? Das sind ja alles so Geschichten, die so sein könnten. Was könnte denn... Oh, die ganze Munition, die da liegt, ne? Was haben wir denn da unten? Nix, nicht so wirklich was Gewinnbringendes. Aber dieses Säurezeug, äh, scheint wohl da keine Säure zu sein, denn ich nehme davon keinen Schaden. Soll mir recht sein. So. Gut. Ähm, ich weiß nicht, wo ich zu essen will. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Das sieht doch ganz klar so aus, als wenn ich das, wenn ich das aufmalse, dass dann das Tor da aufgeben, da ganz viele Monsterleaves drin sind. Dann sieht mir zumindest es da noch aus. Ist hier vielleicht irgendwas Secret-mäßig so, oder ist das einfach nur so zu Zierde, weil es einfach mal da sein will? Scheint wohl letzteres zu sein. Guti, 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 guti. Dann werden wir mal den Raketen- ne, da kommt bestimmt. Bis. Seit wann geht denn das so? Mit der Ohne, hä? Wie haben Justin gelöst? Seit wann kann ich mit der originalen Doom-Engine per drüberlaufen? Ein Schlüssel benötigen. Das hört mich jetzt. Das ging, das ging doch nicht. What the hell? Hm. Also das würde mich mal interessieren, wie die das gelöst haben. Weil die sollen ja, soweit ich weiß, mit dem originalen Doom laufen. Und Okay. Ja, sollen sie auch. Ist ja interessant. Das interessiert mich mal, wie sie das gelöst haben. Ist ja wirklich interessant. Sehr interessant. Ist ja nicht irgendwas secret-mäßig. Das muss doch hier irgendwas ganz tolles, obergeheimes sein. Nein, das ist wohl einfach nur so, weil es mal Lust hat, da zu sein. Gut, ich glaube, wir müssen dann mal weitermachen. Dann hier kommt ja gar keine Action mehr auf, ne? Wir wollen ja noch ein bisschen was sehen hier. So, was haben wir hier hinten noch? Oh, ich höre hier ganz viele Gegner ließ. Ganz viele Gegner ließ. So, was sind wir hier noch schön? Erstmal umsehen hier. Erstmal umsehen, bevor man sich neue Monster herholt. Hier brauche ich einen blauen Schlüssel. Vielleicht kann man hier auch irgendwie schon was vorzeitig abschießen. Dann hat man es natürlich später leichter, ne? Das muss man ja immer mal so ein bisschen nachschauen. Und so. Aber im Moment sieht das eher nicht so danach aus, als würde ich etwas vorzeitig abschießen können. Wenn ich da draufgehe, dann passiert bestimmt ein ganz großes Unglück. Das könnte ich wetten. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Und... Ein Schalter, die haben wir hier? Ach, da brauche ich... Ach, ja. Das ist ja auch ausgeschildert. Gut, ich denke mal, ich werde auf das Plasma-Gedönsel gehen müssen. Da werden wir wohl jetzt nichts anderes übrig bleiben, als dass ich da raufgehe. Ja, da liegt auch der blaue Schlüssel. Also, wenn ich da raufgehe, gibt es ein Unglück. Das könnte ich wetten. Ich nehme schon mal die Plasma in die Hand. Wow. Das war so offensichtlich. Da nehme ich was anderes in die Hand, als die Plasma. Mein fucking Gott. Wir wollten hier. Jetzt haben wir was Angst aufwischen. Na, schießen wir da mal ein bisschen was du... Ja, und ausweichen sollten wir ab und zu mal. Nein, ich zieh suche nichts. Sie suchen das. Lässt du mal schön bleiben. Hier, ihr könnt den Baron hier nehmen. Komm, nimm den Baron hier. Beziehungsweise Hell Knight ist das ja... Das zeigt ja auch fast dasselbe. Kein Wunder, dass man euch falsch betitelt. So. Au! Hier, nimm den. So. Müsst hier noch mal ein paar Raketen loswerden, glaube ich. Sonst wird das doch nichts. Perfekt. Und du kriegst noch mal mit der Schade. Och, ja, dich... Euch gibt es ja auch noch. Stimmt ja. So. Speichern wir das mal. Und dann den Rest hier. Kommt nicht an. Warum nicht? Ist das scheiße, dass ich nicht ankomme. Ah, hier. Hier klappt es. Ach komm, nur ein Ei. Ich zieh suche und... Oh, da ist ja noch so ein Ding. So, jetzt ist es ein... Oh, da ist noch... Noch mehr. Uah. So. So. Klappt doch wie am Schnüchern hier. So. Da ist aber noch ein Karko. Perfekt. So wollen wir das haben. Oh, was willst du denn noch? Hä? Willst du so Stress oder was? So. Perfekt. So, was haben wir da? Nix mehr, ne? Ne. Da ist nix. Gut, was fehlt denn jetzt noch? Eigentlich haben... Äh. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Was willst du? Bist du Stress oder was? Ja, ne? Kannst du gerne haben, ne? So. Okay. Dann müssen wir nochmal dieses Ding da irgendwie versuchen, einen blauen zu kriegen. Ach, von hier geht's drauf. Nice. So. Toad. Mause tot. So. So. Ich glaub ich ne Bishot werden, das kommt glaub ich besser an. Nein. Aber die war jetzt eh nicht zielsuchend. Egal. Vielleicht sollte ich das mit F6 speichern, dann ändert sich nicht gleich das gesamte Bild und macht Youtube etwas weniger Matsch draus. So. Finde ich auch gut an der Mod, dass man hier sehen kann ob sie zielsuchende Raketen stießen oder normale. Denn an diesem Ring sieht man das so schön. Mhm. Das finde ich super, dass man das sehen kann. Oh. Hilfe. Aber ich fänds natürlich auch sehr super, wenn der mal sterben würde. Ja, das ist geil, dann braucht man nämlich nicht immer abhauen, sondern nur wenn man es muss. Das ist natürlich super. Okay, jetzt hab ich eh wieder so gespeichert. Ja. Ja, ich sollte immer daran denken mit F6 zu spielen. Am besten noch per Binge über Konsole, dass ich nur ne Taster drücken brauche. Aber ich glaube da werde ich bis 2017 echt dran denken das mal nachzugucken. so. Ach, die sind so nervig, weil die so schlecht zu erreichen sind, das ist ja furchtbar. Kann das nicht irgendwie leicht erledigen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Guck, mit der Schengen gehts von React ganz gut. Aber die will ich schon ganz gerne vernichten, weil die sind leicht nervig. so. Ja, perfekt. Okay. Okay. Dann machen wir das. Ähm, ja. So. Sieht ja schon wieder recht freundlich aus jetzt alles. So, jetzt kann man... Oh, oh! Oh! Was habe ich da fürn Unsinn erzählt? Was? Nicht mal die Pinchungs erreicht. Mensch, wie scheiß waren denn mein Schuss? Hm. So wollte ich das haben. So. Zack. Okay. Dann sollte jetzt zur Ruhe sein erstmal. Okay. Ich glaube, das brau... Die braune Suppe ist bei Plutonia 2 scheiße, ne? Uah! Oh, die ist schon tot. Nice. Bisschen Schalterli. Schön machte das. Hätte aber auch viele hinterlassen. Meine Güte. Habt es bald mal. Dankeschön. So. Gut. F6. Und speichern. So. Der Schalter ist bestimmt ein Secret. Jupp. Das dachte ich mir schon. Oh, schönes Zeug da hinten. Was? Nein! Bleib offen. Oh, da komme ich ja gar nicht durch. Warum bremst mich denn das so aus? Seit wann geht das mit originaler Doom Engine? Das habt ihr doch nicht mit originaler Doom Engine gemacht. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Oh, da muss man aber richtig Gas geben. Äh. Boah. Wie schnell muss ich denn da sein? Oh. Kannst du mich mal? Und dann auch nicht mal ein Secret sein wollen. Und dann auch nicht mal ein Secret sein wollen hier. Um. Zack. Okidoki. Was haben wir hier noch? Das ist. Au. 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 Egal. Hier ist aber nichts. Aber ich hab recht. Die braune Suppe ist tatsächlich nicht gut für mich. Darum liegen ja auch die Platten hier. Oh. Oh, das ist. Oh. 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 Na komm schon. So. Und noch einer? War nicht noch einer? Nee, war irgendwie nicht, ne? Na gut, dann nicht. Jetzt noch schöne Moon. Schöne, gute Moon. So. Zack. Und nochmal überspeichern. Okay, jetzt bin ich hier. Da ist ein Schalter. Dann mach ich das runter. Was hab ich davon? Werde ich bestimmt noch erfahren. Ich glaube, ich muss da noch was zweites runter machen und dann bin ich hier durch. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal auf die andere Seite. Ja gut. Okay. 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 Dann haben wir das erstmal. So. Und da hinten ist ja noch mehr Gedöns. So. Und zack. Zack. Jupp. Das möchte ich überspeichern. So. Und drücken wir mal das Ding. Und dann geht das auf. Und dann haben wir hier. Och du Scheiße. Und jede Menge gegner ist. Uiuiui. Au. Ich wollte doch hier nur raus. Mensch. Huuu. 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 Das stehen mir nicht im Weg rum, wenn ich da auf den Pane Elemental schießen möchte. Huuu. Huuu. Oh, das Vieh ist schon weit neff jetzt, nur auf dem Himmel und das Teil spankt mir zu viel Viecher. Ach, damn it. Das läuft hier ganz eklig gerade. Boah, das schaffe ich glaube ich jetzt gerade nicht. Ähm, Mist, das ist doof gelaufen. Macht euch mit. Ach, verdammt. Ich muss jetzt mal die platt machen da. Du auch, bitte. So. So. Na gut, ich speich das jetzt mal über. So, ich kann ja einer mal gegen den Kacko fliegen. Ach, scheiß drauf, weg damit. So. Hm. Muss ich wohl selber töten. Keine Lust sich gegenseitig zu plätten. Ja, so muss aber besser beleben. Passt schon. Die Box lässt du da liegen. So. Ne, der macht nichts mehr. Gut. Das ist hier noch irgendwie Secret mäßig irgendwas so abzestaubt. Ne, eher nicht so. Gut. Speichern. Und wo geht's hier? Shotgunboxen ohne Ende. Brauche ich aber nicht. Muss ich aufpassen, dass ich dich nicht einsammle. Denn wegen zwei fehlender Shotgun-Munitionen will ich natürlich jetzt nicht in der Box einsammeln. Oh, da kommen ja ganz viele Imps. Und ich merke das jetzt. Dann sollen sie sich damit mal anfreunden. Ach. Das war jetzt nicht in Tension. So. Aber da kommen ja noch viel, viel mehr. Ach, wisstete was? Zack. Zack. Was? Der hat mich erwischt. Sauerein. Ne, glaub doch nicht. Hat der noch nicht wieder voll gehabt. Wollte ich schon sagen. Ey, nicht da runter. Schluss jetzt hier. So. Okay. Lohnt sich jetzt aber auch nicht wegen dem bisschen. Gut. Okay. Ja. Der muss hier auch ein Schalter sein. Genau. Der jetzt das hier runter macht. Und dann kann ich hier rein. So. Ich weiß zwar nicht, was jetzt hier noch alles kommt. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt, weil hier haben wir schon wieder eingespielt seit drum. Ja. Nicht lange, wie viel zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal mit Dreamscape Level 6 von Speed of Doom. Bye Bye.